hallo liebe camper und camperinnen einen wunderschönen dritten advent wünsche ich euch in allererster linie und ich möchte euch hier mal wieder auf ein kleines setup video mitnehmen was wir hier verbauen hier wird in dieses fahrzeug hinter mir wo ich gerade gleich einblende 1700 watt wechselrichter verbaut mit einem control booster von der firma büttner dann verbauen wir eine titronic vibro 3 safelock alarmanlage mit profinder und dem vernetzungsmodul hier haben wir dann noch so magnetkontakte liegen für die fenster entsprechend dann kommt hier drauf 160 watt modul von der firma büttner blackline zelle die ich sehr gern mag weil ich muss ganz ehrlich sagen ganz gute erfahrungen mit dem mit der blackline weil hier der vorteil ist dass wenn auch diffuses licht bewölkt oder wie auch immer diffuses licht ist dass trotzdem durch die 72 zellen technik die platte richtig gut noch strom bringt und die batterie entsprechend lädt natürlich immer in verbindung mit einem mppt regler ganz klar und dann funktioniert es wirklich tadellos dann kommt hier noch rein eine liontron 200 ampere stunden lithium batterie genau damit wir auch wirklich safe sind dann schauen wir mal wie weit man mit der 160 watt platte und den control booster kommt wenn es dann dementsprechend noch fehlt kann man nur zweite platte drauf machen die option haben wir uns noch offen gehalten kommt hier in dieses fahrzeug einen eurer ein wunderschönes wohnmobil hier haben wir schon mal dementsprechend alles ausgelegt wie es bei uns immer üblich ist damit man dementsprechend reinlaufen kann und auch nichts passiert hier haben wir ja zig fächer frei die bisherige batterie ist und am beifahrersitz verbaut wobei die da rauskommt die ist ja größer die jetzige dann haben wir hier die truma hier haben wir noch komplett freies fach da müssen wir mal sehen inwieweit man das in anspruch nehmen müssen und hier hinten ist der wassertank und dann gehen wir hier mal rum da haben wir dann nämlich auch noch die stromverteilung da haben wir auch noch kleines fechle da müssen wir mal gucken da werden wir ein bisschen was einbauen damit wir nicht ganz die großen stauraume kaputt machen wenn wir das sauber schön verbauen hier haben wir die druckpumpe noch vom wassertank genau so schaut es hier innen aus noch sauber und noch nicht wirklich viel verbaut wird sich aber bald ändern nachdem ich das in der kuh gehabt habe zu dem wechselrichter möchte ich nur sagen dass er natürlich eine integrierte netzvorrangsschaltung hat was ganz wichtig ist ohne macht ja gar keinen sinn sowas zu verbauen und somit müssen wir natürlich immer darauf achten wenn es wechselrichter gibt die das netz schon integriert haben dann verbaut man sowas separat das ist ja ganz klar AGM gegen Lithium warum bauen wir hier eine Lithium batterie rein weil das auch kunden sind die einfach nur ohne sorge ohne große probleme camping machen wollen und nicht darauf achten müssen wann denn letztlich jetzt die 30 prozent von der AGM verbraucht sind da das ja immer sehr schwer ablesbar ist für ein Laien da muss man dann die Voltzahl entsprechend kennen beziehungsweise man muss sich dann an wirklich guten batterie computer verbauen wenn ich eine 90 amperestunden oder eine 100 amperestunden AGM verbaut habe bei 30 prozent dann sind wir circa bei 30 35 amperestunden das wäre die reguläre entladungsmöglichkeit bei AGM das heißt 30 amperestunden können wir uns alle ausrechnen ist nicht viel wenn ich schon einen kompressorkühlschrank verbaut habe ist damit schon vorbei weil der braucht schon wesentlich mehr dann brauche ich schon zwei AGM Batterien damit ich nur ein bisschen Reserven habe dass ich meine Lichter noch ein bisschen brennen lassen kann und eventuell noch Fernsehen schauen kann also Autarkie ist da weit gefehlt und ich bin da ein bisschen anderer Meinung zu vielen anderen die auch hier auf YouTube tolle Filme machen die sagen dass AGM nach wie vor ihre Berechtigung haben ich sage AGM im heutigen Zeitalter der Technik was alles verbaut wird und der Wünsche wo alles verbaut werden soll ist AGM eigentlich keine gute Wahl mehr weil man einfach sagen muss dass diese 30% Regel wo ich von der AGM nutzen kann effektiv wirklich nicht viel ist also ich sage nochmal wenn wir 90 amperestunden haben 30% kann es jeder ausrechnen was wir da zur Verfügung haben selbst bei 2 90 amperestunden bin ich bei 180 ja dann sprechen wir vielleicht von 60 amperestunden wo ich zur Verfügung habe also wenn ich jetzt mal überlege wenn ich mal einen Kompressorkühlschrank einbaut dass der schon Tagesleistung zwischen je nach natürlich Außentemperatur zwischen 30 und 50 amperestunden hat da bleibt halt einfach nicht mehr viel übrig und da muss ich sagen ist im heutigen Zeitalter in der heutigen Technik was wir alles verbauen mit Wechselrichter mit allen Wünschen Laptopladen und so weiter und auch dem heutigen Camping Verhalten ist es echt schwierig mit AGM entsprechend umzugehen da sie lang leben sicherlich machbar keine Frage wenn man die 30% beachtet wenn man nur auf 12 Volt unterwegs ist wenn man keine besonderen Wünsche hat wie Akkustaubsauger von Dyson und Kaffeeautomat und so weiter dann ist das alles machbar dann muss ich nach wie vor sagen ist alles okay doch wenn man ein bisschen exklusiver unterwegs sein möchte was ja ganz viele Camper und Camperinnen heute wollen und was auch der Anspruch ist dann funktioniert es einfach nicht mehr und demzufolge komme ich eigentlich um eine anständige Lithium Batterie nicht mehr rum noch dazu wo ich wirklich sagen muss selbst wenn wir uns das rechnerisch dann mal hinlegen ist Lithium heute wirklich in der Anschaffung nicht mehr teuer gegenüber AGM weil sie um ein Vielfaches länger hält und wesentlich mehr Ladezyklen hat weil ich kann mir nicht vorstellen dass in der heutigen Zeit jemand exakt mit den 30% umgeht von AGM Entladung und wenn er schon auf 40-50% Entladung geht dann schädigen wir ja bereits schon die Batterie und das heißt die Lebensdauer wird schon erheblich geringer werden und somit bin ich einfach wirklich immer draußen dran zu sagen Leute nehmt Lithium da habt ihr mehr davon da könnt ihr sorglos Camping machen da könnt ihr sorglos mit eurem Wohnmobil umgehen wie ihr wollt und es ist alles gut es passiert nichts dies wollte bloß nochmal dazu sagen ich nehme euch bei dem Einbau natürlich nochmal mit ich werde jetzt ein bisschen was vorbereiten und wenn wir den Einbau starten und wenn wir dann die Komponenten verbaut haben machen wir das nächste Video in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest dritten Advent wünsche euch alles Gute schön gesund bleiben und bis bald macht's gut tschüss